Die Widerstandskraft dieses Virus stellt sich als sehr hartnäckig heraus. Nach dem Corona-Virus werden andere mutierte Viren die Menschheit heimsuchen. Was ist denn los? In meinem Haus rennt ein Monster rum! Ein Monster! Und was ist das für ein Monster? Zombies! Gib's schon her! Das können wir jetzt machen, aber wenn die Zombies uns sehen, werden sie versuchen uns auch zu beißen. Ich beschütze dich. Das könnte unser großer Durchbruch sein. Let's go! Action! Ich war im Nationalteam Taekwondo. Glaub mir. Hey, Alter. Willst du mit mir tanzen? Ich werde sie erstmal ablenken. Du bleibst so lange hier drin. Du wirst sehen, ich bin viel durchgeknallter als die. Amen. Ich werde sieben und Herr. Komm theo. Aber die Norte.